Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Zwischendurch-Drimm-Spaß-Zeit-Vertreib-Let's-Play-zu-Rollercoaster-Tycoon-3. Ja, wir haben das letzte Mal hier ganz schön den Park begrünt, mit ziemlich vielen Bäumen. Und auch, ich muss sagen, mir gefällt das immer noch so mit den vielen Bäumen. Also, das macht das Ganze hier richtig schön gemütlich, auch mit diesem Weg durch den kleinen Wald durch, hier hinten zu dem Teil. Wird auch schon, wie wir sehen, ziemlich dankend angenommen. Und, ja, ich glaube, es wird auch mal langsam, wird es auch mal ein bisschen Zeit hier für eine etwas aufregende Attraktion. Also, bläffern wir einfach mal hier so durch, was wir hier noch so haben. Vielleicht haben wir hier so einen Enterprise-Teil. Das macht sich dann auch immer ganz cool, finde ich. Ich glaube, das setzen wir einfach mal so ein bisschen versetzt. Hier so hin, hier finde ich das ganz gut. Und zack, und zack. Wir müssen ja auch jetzt ein bisschen, wir haben jetzt hier eher so Larifari-Attraktionen, so ein Karussell, ein Kenku-Stein, so eine kleine Achterbahn. Können wir hier hinten, können wir ja schon mal dann auch eine größere Achterbahn anbauen. Ich bin dafür, dass wir dann die erste größere Achterbahn, das soll eine Holzachterbahn sein, weil ich finde diese Holzachterbahnen, ich sehe ihn einfach richtig geil aus. Diese schönen, diese schönen massiven Holzkonstruktionen dann da drin. Das macht, Leute, das macht richtig was her, finde ich. Nein, ich will es nicht abbrechen, nein, nein, um Gottes Willen, ich will den Weg hier loswerden. So, wir machen hier jede Last, mache ich eigentlich immer so Volllast, dann kriege ich das Ding hier noch einen anderen Anstrich. Wobei, ah, hm. Ne, können wir eigentlich so lassen, lassen wir so. Bin da jetzt ein bisschen zu faul. Ich habe gerade die Aufnahme angefangen, da können wir ja auch mal eben kurz ein bisschen hier uns entspanrieren. So, hier ist alles tutti. Und natürlich kommen da wieder Bäume drum. Wo wären wir denn, wenn ich diesem Trend nicht treu bleiben würde? Ihr könnt mir das mal schreiben, falls ich da irgendwie schon Leute habe, die da gerne mal was in die Comments packen. Wie ihr das so findet, wenn ich hier immer so Bäume drum mache. Ob das gut aussieht, ob das eine gute Idee ist. Ob ich es lieber lassen sollte. Einfach da mal posten. Da kann ich mich ja ganz so ein bisschen auch, ein bisschen auch eure Meinung einfließen lassen. Und wie gesagt, wie ich es in der letzten Folge, glaube ich, schon mal erwähnt habe. Schönster Park. Will ich auch hoffen, dass wir da sind. Und wie ich es in der letzten Folge auch erwähnt habe, ruhig auch mal vielleicht Attraktions- also so Namensvorschläge für die Attraktionen posten. Ich versuche dann einfach, die Namen dann auch wirklich einfließen zu lassen. Ja, jetzt fangen die Kängurus wieder an, rumzumeckern. So, 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 so. Ja, Kängurus, gib doch mal Ruhe. Zack, Apfelbäume, Apfelbäume. Das wird ein sehr gesunder Park, so viele Apfelbäume, wie wir hier haben. Ja, Kängurus, jetzt ist doch langsam mal gut. So, 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 so. Na, hier können wir noch was hinbauen. Hier vorne passt noch ein gelber hin. Da. Hier. Es fliegt mir so eine holle Fliege vom Gesicht rum. Das ist ja die wahre Pracht. Eine kleine Esche kommt hier noch hin. So. Ich muss sagen, mir gefällt das richtig gut, wenn man das hier so ein bisschen einwaldet immer. Hat irgendwie so diesen Wohlfühl-Charme. Wenn man das mal so nennen möchte. So. Schlechtpalmen hier noch, so. Mal richtig schön dicht bewallen hier immer. Ruhig hier bis zum... Ist das denn die Möglichkeit? Ruhig hier bis zum Fußweg hier vorne ran. Alter. Das ist irgendwie kein Fruchtflieger. Dann schneidet man sich einmal eine Tomate auf und bringt die nicht sofort am nächsten, also sofort am selben Tag noch runter in den Mülleimer. Also... Müsst ihr wissen, ich wohne hier im dritten Stock und ich bin halt eine elendig faule Person. Ja. Hier. Hier noch so. Zack. Das passt. Und wie haben wir es in der letzten Folge erfahren? Die Leute wünschen sich Toiletten. Ja, die sollen sie ja auch verdammt nochmal kriegen. Wir sind ja keine Unmenschen. Äh... Machen wir das. Immer ruhig so einen kleinen... Zack. Hier du... Ah, scheiße. So, zack. Zack. Hier kommt eine Toilette hin. Hier wäre es vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt. So. Schauen wir mal so. So. Hier wisst wir... Ihr werdet sehen, warum ich das so mache, wie ich das jetzt gemacht habe. Hier steht natürlich dieser... Halbbaum, Busch, wie ich... Machen wir das so, dann bleibt das Ding da offen. Hauptsache, die kommt von allen Seiten rum. Und hier hinten können wir auch schon mal direkt nochmal so was anlegen. So. Und jetzt Toiletten. Toilette Nummer 1. Offen. Toilette Nummer 2. Und hier ist schon wieder irgendwas kaputt. Ich höre es doch. Ah, diese Angebruchstelle hier, die macht mich wahnsinnig. Wo ist hier was kaputt? Das kommt hier. Jetzt ist es weg. Achtung, war das hier wohl das Kettenkarussell. Beide, die mir hier vor der Nase rumfliegt. Kotz. So. Hier auch nochmal eine Toilette hin. So. Habe ich hier noch irgendwo eine Einbuchtung gemacht? Nee. Aber das soll jetzt auch erstmal reichen. Ein bisschen mal laufen sollte hier auch schon, bevor ihr zu Toiletten geht. Ne? Die kriegt ihr ja nichts geschenkt. Die kommen doch nicht in den Park und müssen sofort pinkeln. So echt. Wo kommen wir denn da hin? Geht ja mal überhaupt nicht. Hier nochmal ein bisschen ranziehen. So. Da fehlt auch noch. Ja, das wird ein richtig schöner Wohlfühlpark, muss ich schon sagen. Kommst hier rein. Erstmal alles schön dicht bewaldet. Das finde ich super. Dann machen wir hier auch nochmal ein bisschen verweilen. Dann können wir hier hinten nämlich auch noch wieder was hinbauen. Ja, ha, ha, ha. Diese großen Teile finde ich nicht ganz so. Ah, hier nochmal so ein bisschen erstmal. So. Kleine Eiche. So. Ein bisschen Farbe hier hinten reinbringen. Das wird ein richtig müdlicher Park, würde ich doch mal sagen. Beste Toiletten. Ja, siehst du, da bauen wir ein paar Toiletten hin und schon kriegen wir die Auszeichnung Beste Toiletten. Also, Leute. Wir sind der beste Park zum Scheißen. Yeah. Was will ihr uns damit sagen? Wir sind der beschissenste Park, oder was? So. Können wir nämlich hier nachher vielleicht dann auch wieder so einen Durchgang machen. Was bauen wir da hinten hin? Wurde ich mal versteckt, hier so eine Affektion. Das hätte doch was. Ah, die Frisbee sind mir ein bisschen zu groß. Wurde man hier so ein bisschen versteckt, so ein Lupo Plane, oder wie das heißt. So. So, so. So, so. Jetzt legen wir uns da wieder so einen Weg durch. Jetzt empfinde ich jetzt ein bisschen ätzend, dann hier genau in vorne zu treffen. Also, hier jetzt gehen wir hier hin. Dann, der hier, weg. Das war die Steckpana. Äh, die Zockertiebe, oder wie die heißt. Ah, ich lösche hier alle Bäume, nur nicht die, die ich weg wirklich löschen will. Das ist doch... ein bisschen kürzer eingang aber das soll uns jetzt mal nicht großartig stören jede last eine runde reich da denke ich vollkommen aus dem haben wir ein bisschen so ein roten und so ja das finde ich schick lupo plane weg ist offen wunderbar wo hatten wir enterprise und haben wir auch die einst weg gemacht so soll das sein jetzt wieder ein paar bäumchen pflanzen das kennt ihr ja alle mittlerweile schon von mir dass ich die bäume wunderbar immer pflanzen will da machen wir so ein bisschen farbe reinbringen das finde ich richtig genial mit diesen apfelbäumen und mit diesem kleinen gelben baum hier kriegt man richtig schön so ein herzbald hin gefällt mir gefällt mir persönlich saugut so wo wir hier kleine äsche nehmen wir auch noch mal so so wo wir hier richtig schöne lichtung so und hier vielleicht mal die linden ja ach Mensch das wird doch richtig schick hier wir können sagen was ihr wollt mir gefällt das mit den bäumen lasst mir doch mal vielleicht eventuell die paar leute die meine let's plays gucken und die paar die paar treuen fans lasst mir doch einfach mal so ein comment da so ein comment da unten in der comment box ob ihr das mit den bäumen ja auch so gut findet wie ich ansonsten wenn nicht falls jeder sagt mach doch nicht immer so viele bäume können jetzt hier so nach hinten hin so ein bisschen ausklingen lassen dass das alles ein bisschen offener wird das ist ja dann auch nicht kein hals und bein hoch da ist mir ja dann auch recht wenn wir dann hier wenn ihr alle sagten die bäume sind scheiße mach mal ein paar weniger können wir das ja so ein bisschen nach hinten hin ausklingen lassen kettenkarussell was ist denn mit dir wieder los du brauchst ja auch nur alle fünf sekunden deinen unfall so ist richtig nicht bewaldet hier und meine nase ist verstopft ich glaube ich habe mich wieder erkältet mal wieder so richtig schön dicht bewalten ja alles da sind schon lateren gut dann müssen wir die hier nämlich jetzt auch mal eben noch setzen lateren lateren sondermoden sterne ich glaube mit meiner laterne was für ein paar lateren haben wir denn hier genommen diese welche hier dann setzen wir hier und da und da und da und da passt doch perfekt amore die kängur soll man nicht so viel meckern dann geht es doch wunderprächtig oder die geht es doch wunderprächtig oder die gesellschaftsansforderung c von zwölf aber benötigt kleines das ist doch kleines pflanzenfresserhaus komisch weil ich gerade nicht naja mir soll es recht sein mir soll es recht sein die kängurus die stolz hier im geschäft rum wunderbar und unser park der wächst beste zuverlässigkeit jawoll weil eigentlich könnte man doch jetzt hier schon so direkt mal so eine achterbahn bauen ist ja was wir bauen jetzt hier aber bei ich denke das machen wir eher dann in der nächsten folge hehehe cliffhanger meh 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 ja ich würde sagen wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder macht es gut einen wunderschönen guten morgen guten abend je nachdem wann hier wenn dieses video guckt euer wachs tschüss go 넷 no no